Musik So Freunde, wahrscheinlich kennt ihr jetzt schon, wo ich bin. Ich bin ja eigentlich in einem Ostfrieslande Windpark schlechthin, wo eigentlich so gut wie jeder schon mal war, der hier oben in Ostfriesland Videos gedreht hat. Und zwar im Windpark, Holtrim, Dornum, die Ecke, wie auch immer man es nennen mag. Auf jeden Fall stehen hier weit über 100 Anlagen. Das da hinten gehört ja auch noch dazu, teilweise habe ich wohl gehört. Ja, steht hier in einem Teil, da stehen E82. Und zwar, wenn ich jetzt nur die E82 hier in meiner Nähe zähle, da haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E82 hier. Hinter mir stehen noch E115. Ja, wie man sieht, es ist am Regnen und es hat auch schon eine Menge geregnet. Gerade eben, da zieht der Schauer ab. Ja, das ist halt typisch norddeutsches Schietwetter. Aber gut. Da hinten kommt übrigens der nächste Schauer. Ja, naja, ist eben so. Kannst du nicht ändern. Ist halt Norddeutschland. Und ich bin froh, dass es nur dieser Schauer ist. Also die hatten für heute wohl komplett Starkregen gemeldet. Also ohne Pause. Da sieht man ja, da hinten scheint die Sonne, da scheint die Sonne, da hinten scheint die Sonne. Ja. Da hinten ist ein Regenbogen. Ja, ich melde mich gleich von unter der E82 hier wieder. So, jetzt stehe ich drunter unter der E82. E82, ich denke mal, dass es eine E2 ist. Aber ich weiß es auch nicht. Weil ich es ganz oft sehe, dass die E82, E2 Logo dran haben. Wie die da, wie die hier vorne in der Kondo gehalten. Und die normalen mit 2 Megawatt nicht. Das sehe ich ganz oft. Also könnte es auch sein, dass die hier eine normale E82 ist mit nur 2 Megawatt. Ja, hier ist es komplett trocken. Da steht das Wasser. Aber die sieht auch schon sehr alt aus hier. Also kann gut sein, dass das eine normale E82 ist. Und hier sieht man, wie das Wasser runterläuft. Uiuiuiui. Hier sieht man das jetzt schön lang dem Turm runter. Und wie man sieht, die Anleitung hat kein Logo. Wie gesagt, ist alles klitsche nass hier. Oh Mann. Hätte mir vielleicht mal andere Schuhe anziehen sollen. Ja, da sind die E115. Das sind ganz viele sogar davon. Also der Park da hinten zum Beispiel, den gab es glaube ich noch gar nicht, als ich das letzte Mal hier war. Da stehen ja, wie viele sind denn das? Die drei hier vorne gab es schon, als ich hier war 2019. Und an die da hinten kann ich mich jedenfalls nicht erinnern. Da stehen eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Stück. Zwei davon auf 92 Meter Raketenturm. Da hinten. Ja, das Ding hier ist jetzt ordentlich ruhig. Also eben hat das ganz schön Radar gemacht, hier bei dem Regenschauer. Aber gut, da war auch Sturm dabei. Also dieser Windpark ist schon überwältigend. Wobei ich ehrlich sagen muss, es ist eine Masse an Anlagen hier, muss ich doch sagen. Allerdings, wenn man das jetzt mal so von der Fläche sieht, stehen in Paderborn mindestens genauso viele. Wenn man jetzt nur diesen Teil hier anguckt. Wenn man natürlich auf der ganzen Fläche berechnet, das sieht, dann sind es natürlich hier mehr. Aber ja, Paderborn hat so... Paderborn holt auf, sag ich so. Ja, die dürften hier jetzt 108 Meter Narbenhöhe haben, die Anlagen. Die E82 hier. Dann haben wir E70. Auch noch da. Ich denke mal mit 98 Meter. Kann aber auch sein, dass die ja 98 Meter Narbenhöhe haben, die E82. Die sind schon so alt, die blitzen sogar noch. Ja. Da hinten, das sieht auch nice aus mit der ganzen Reihe Anakon E82. Dann steht da eine ganze Reihe. Sieht schon nice aus, muss ich sagen. Echt geil. Okay. Ich mach mich jetzt mal auf den Weg in den Teil da hinten. Da stehen ja E66 hauptsächlich, E70, E82, teilweise E92, E101 und was weiß ich was noch. Aber das war es eigentlich schon. Jetzt müsste ich nur mal von hier gucken. Und zwar standen hier auch mal E48 auf einem ganz hohen Turm. Äh, ich weiß gar nicht, ob die noch stehen. Ja, die stehen noch. Okay. Eine sehe ich jetzt jedenfalls gerade. Aber es waren, glaube ich, zwei. Ja, da hinten steht noch eine. Ja, okay. Die stehen also auch noch. Ich mach mir jetzt mal den Händen nach dem Weg. Ich hoffe, der Regenschauer da zieht vorbei. Hier nochmal das Wasser. Da runter fließt. So, jetzt stehe ich hier auf der anderen Seite vom Park. Hier stehen natürlich wieder E82. Eben stand ich da hinten bei den E82. Ja, jetzt stehe ich hier. Und hier stehen auch echt tolle Anlagen, muss ich sagen. Also, ja, E82, E2 natürlich hier eine ganze Menge. Dann haben wir da E66 auf 65 Meter, glaube ich. Dann haben wir E101 da hinten auf 99. Und dahinter auf 135 Meter. Die stehen hier auch ganz oft rum. Dann habe ich eben noch eine E92 gesehen. Wo waren die denn? Ach, da hinten. Da steht eine E92. E70. Hier einmal auf 98 Meter, glaube ich. Und da hinten auf 65, glaube ich, waren es. Und dann nochmal eine Narbenhöhe von der E70. Ich weiß nicht, wie viele das sind. Auf jeden Fall ein Komplettstahlturm. Das haben wir da. Dann haben wir E48. Ich glaube auch 65 Meter. Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall ist das hier sehr schäbiges Wetter gerade. Es hat mal wieder fett geregnet. So, nicht schön geregnet. Schön ist was anderes. Ja, ist halt neudeutsch. Kann sich nichts dran ändern. Wobei wir auch eine Menge Regen hatten in letzter Zeit bei uns selbst. Ja, und da hinten ist schon ein Windpark, wo ich definitiv, wo ich auf jeden Fall nur hin möchte. Windpark Georgsfeld mit drei EP8. Ja, gucken wir mal, ob ich da auch noch hinkomme. Heute geht es wahrscheinlich auch nochmal nach Emden. Bedeutet für mich Wirbelsummer Polder. Ist natürlich auch nochmal geil. Ja, und ich gehe jetzt einfach mal zu der E66 vor mir. E82 habt ihr ja eben schon gesehen. Von daher... Ja, genau. Ja, ist doch ne ganz schöne Region hier, muss ich doch sagen. Also, da hinten stehen nur ganz viele E40. Weiß nicht genau wie viele es sind. Auf jeden Fall richtig geil. E40. Ich mag E40. E40 sind diese kleinen, süßen Maschinchen. Wenn du dann siehst, was es heutzutage gibt. E160, EP5. N163. Siemens Gamesa. 170. Jaja, das ist schon alles heftig, muss ich sagen. Aber hier sieht man halt nochmal den kompletten Park. Und das ist so geil. Da hinten ist ein fetter Regenschauer, wie gesagt, gerade langgezogen. Ja, hier stehen auch viele verschiedene E70-Typen. Also, ja gut, viele. Eigentlich sind es ein paar. Und zwar stehen hier E70 65 Meter GFK, meine ich auch. Ja, da ganz hinten. E70 65 Meter GFK. Dann haben wir da vorne E70 65 Meter Alu. Dann haben wir hier vorne eine E70... Wo war sie denn jetzt? Da mit einer, die ich nicht genau weiß, auswendig. Ähm, mit GFK. Dann haben wir da hinten eine mit 114 Meter wahrscheinlich. Mit GFK. Ja, also ist schon nice. Ja, und dann halt E82, normal und E2. Auf 108 und 138 Meter. Äh, E101 auf 99 und 135. Ähm, was haben wir noch? Ja, ja, E48. Weiß ich nicht, die genaue Namen höre. Ja, da hinten Frau 39, wo eine auch stillsteht. Na, wo waren sie denn jetzt? Ja, sieht man kaum so kleine und süß die Dinger. Ja, ja, ist schon echt heftig. Da hinten stehen noch E92. Auf, ähm, 138 und 108 oder 104 so, glaube ich. Ja, 104 dürften das sein. Ja, und ich bin jetzt hier bei der E66 fast. Ja. Ja, du hast hier echt eine schöne Aussicht. Muss ich doch sagen. Bin begeistert. Da hinten ist, ähm, auch nochmal was bei Westerholt. Da ist die E66 mit Aussichtsplattform. Ähm, wollte ich drauf tatsächlich. Allerdings ist beim Buchen, ähm, ja, dürfen mindestens, also mindestens vier Personen muss man mit haben. Da wir hier mit drei Personen unterwegs sind. Ja, schade. Muss ich sagen. Na, und hier steht die schöne E66 Anlage. Es ist eine 1566 mit 1,5 Megawatt. Die 1870er stehen hier oben, glaube ich. In diesem sind wir jedenfalls nicht. Ähm, ja. Weg steht auch wieder komplett unter Wasser hier. Perfekt für meine Schuhe. Also, naja, egal. Da hinten die E70 leuchten jetzt schön in der Sonne. Ja, und jetzt gleich, wenn ich bei der E66 bin, mache ich einfach mal einen Rundblick über den Park. So. Kann ich schon mal mein Stativ komplett ausklappen. Das habe ich jetzt mal eben nicht gemacht, damit das Film etwas ruhiger wird. Ja, aber an sich ist das hier echt eine geile Region, muss ich doch sagen. Ja, ich muss mal gucken, ob ich noch nach Ostdorf komme. Ostdorf, ja, ich glaube schon. Irgendwo war das. Da steht der E70-Prototyp. Auch ein geiles Teil. So. Stativ ist fertig. Jetzt zeige ich euch mal einen Rundblick über den Windpark. Ja, hier vorne haben wir E82, E2, E66, 1566. Wenn ich jetzt mal reinzoome, dann haben wir eine E70, dann ein paar E82, E48, eine stillstehende E101. Hier vor mir dann die E66, nochmal eine E66 und eine E82, nochmal E66 und E82. Dann haben wir E101, E82, E66 und so weiter. Ja, hier auch schöne E48. Dann da hinten die ganzen E82 und E70 und E101 und was weiß ich noch. Da stehen welche auf 99 Meter, E101. Ja, hier E66, wieder E82. Da hinten dann die ganzen E40. Ja. Wunderschön hier. Da E82. Dann da hinten kommen ein paar E92 wieder und E82 natürlich. Und auch eine Menge E66 jetzt nochmal gleich. Da stehen sie auch schon. An einer hier vorne werden gerade Wartungsarbeiten gemacht. Da fährt schon wieder ein Enercon Wagen lang. Da ist die E66, wo gewartet wird. Ja, und das ist hier so der Windpark. Da hinten ist der Windpark-Gutgast, wo ich in meinem allerersten Video hier jetzt von hier oben war. Ähm, ja. Und hier haben wir die E66, 1566. Anlage, die ich euch dann nochmal zeigen wollte. Da steht's für den E66. Okay, Freunde. Ich hoffe, euch hat dieses Video aus dem Windpark-Doanum, Holtrim, Westerholt, wie auch immer man es nennen mag, gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich riesig freuen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.